Hallo und herzlich willkommen. Heute ein neues Video und heute möchte ich nur zeigen, ob ich in Minecraft alles gebaut habe. Ich habe hier das weiße Haus von Amerika nachgebaut. Ist jetzt sehr groß, hat sehr lange gedauert, aber sieht dafür auch eigentlich sehr gut aus. Die Flagge ist jetzt nicht so gut, aber reicht eigentlich auch. Hier der schöne große Teich. Hier ist der Zaun. Also ich kann mal reingehen, aber da ist nicht so viel gemacht worden. Hier sieht man noch, dass das noch abgemessen wurde. Also das ist sehr groß. Dann musste ich auch noch, weil das so groß war, musste ich auch noch zwei Minecraft Dörfer aufreißen. Hier sieht man noch, habe ich das Dorf abgerissen. Andere Seite genauso. Hier sieht man, wie groß das ist. Eigentlich sieht das vom Weizen dahinten, sieht es nicht so groß aus. Boah. Inhalts. 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 also das ist ziemlich groß aber sieht dafür auch ziemlich gut aus und jetzt könnt ihr euch mal vorstellen dafür habe ich jetzt eine woche oder ungefähr gebraucht also hierfür könnt euch mal vorstellen wenn ich da noch die ganze einrichtung mache alles seine die ganzen räume des boden so ein scheiß wenn ich das mal fertig hat das dauert 100 zeit das kann ich euch sagen so sieht das dann alles von oben aus ja und das war es dann auch eigentlich mit dem video bis zum nächsten mal und ciao